Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier auf meinem Channel. Mein Name ist Michelle und jetzt gerade habe ich ein Live-Wohlstandsritual am Laufen und es kommt dann bald als Livestream und hier streamt es nämlich schon. Ich weiß nicht, was das soll. Blablabla. Naja, es läuft weiter, es ist nicht aus oder so. Steht Gerät drehen, whatever. Wollen wir es mal drehen? Guck mal, wir können es ja mal drehen. Also Sinn des Ganzen. Ach ja, jetzt sieht es aber. Sieht man die Kerze nochmal so. Naja, man muss es ein bisschen fummeln, ne? Ihr Lieben, das ist ein Live-Ritual. Ihr seht meine Hand, hello. Das ist ein Live-Wohlstandsritual. Du kannst einfach den Livestream laufen lassen. Lässt es laufen. Du visualisierst deine Art von Geldvermehrung. Ja? Finanzielle Freiheit für die anderen, einfach mehr Kohle auf dem Konto, mehr Freiheit, mehr Stressabbau. Ja? Das alles Schöne, was Geld ja mit sich bringt. Die Möglichkeiten auch in sich selbst Geld zu investieren, in andere Geld zu investieren. Die eigenen Kinder zu unterstützen. Die, weißt du, also alles Mögliche, was da so ist. Also, die einen sind alleineziehen. Brauchen die Kohle eigentlich, damit es allen besser geht. Und so weiter. Ja? Macht euch da. Öffnet euch dem. Geld ist auch ein emotionaler Ausgleich für Emotionen, die woanders verschwendet und fehlinvestiert wurden. Ja? Weil das sage ich ganz plakativ, weil einfach hier auf dem Kanal viel so um so... Es sind oft Leute, die irgendwie wunschpartnermäßig irgendjemanden befragen oder sowas. Und öffnet euch einfach der Fülle, ja? Der Fülle. Und wenn es uns finanziell supidupi geht, dann haben wir keinen Stress. Dann gehen wir auch stressfrei durchs Leben. Und ziehen auch, ähm, like attracts like, ja? Weißt du, ziehen dann auch stressfreie Leute an. Und wer ist denn stressfrei? Der, der sich halt um Geld keine Gedanken macht, ne? Genau. Das wäre mal einmal für euch. So, jetzt streie ich hier schön. Upsila. Ich habe hier auch, ähm, wir arbeiten auch mit Runen, ja? Äh, Feo und Pertho. Ähm, das ist alles so wohlstandsmäßig, ähm, halt inspiriert. Und so inspiriert ist das von der Hexe, also was heißt Hexe, ne? Von der Frau. Äh, wunderbar hier aus Amerika, so. Ich habe da halt, äh, die mal gefunden, äh, auf YouTube. Blessed Be, das ist ein ganzes, ähm, Wohlstandsritual. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und jedes Mal hat es mir eine coole Finanzspritze beschert, ihr Lieben. Ja? Wir öffnen uns einfach und nehmen die Kohle halt, die von allen Seiten eigentlich kommt, ne? Und jetzt haben hier Leute schon, äh, was gesagt? Na ja, gut. Ihr könnt ja mal gucken, ne? Also gerade ist der Livestream ja live, ne? Und die Leute, die schauen jetzt oder auch nicht, ne? Jetzt einfach so, wie ihr Zeit und Bock habt. Und ihr schaut und, ähm, fantasiert euer Leben euch zusammen. Ohne Vorbehalte, ohne Wenn und Aber. Ohne, und danach gehen wir auch wieder ins normale Leben und, ähm, leben normal. Ähm, machen weiter, äh, unsere Arbeit, ja? Also wir machen jetzt nicht ein auf, jetzt habe ich ein Ritual gemacht, jetzt brauche ich nichts mehr tun. Nein. Du gehst in dein normales Leben, arbeitest normal und machst dein Leben normal weiter. Und ohne Erwartungen. Und dann vergisst du das Ganze, was wir gemacht haben. Und das ist halt das, wo die Energie dann auch gerne drauf reagiert oft. Das allerbeste, finde ich, das allerschönste Wort im Englischen, was nämlich Geld und, ähm, Wohlstand so angeht, ja? Es gibt ja da verschiedene Vokabeln für, ist das Wort Prosperity. Prosperity ist das schönste Wort. Prosperity ist nämlich so viel Fülle, dass du auch anderen gibst. So viel Fülle, dass du damit auch Gutes tun kannst, ja, dass du spenden kannst. Aber spenden ist manchmal auch irgendwo ein bisschen besser spenden als nicht spenden. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Prosperity ist so viel Geld, Leute, dass du sogar, ey, dritte Welt Kinderheime aufbauen kannst. Das ist für mich Prosperity, okay? Und nicht irgendein Gefurz von wegen, ich werde auch an irgendeiner Organisation was abgeben und die nehmen die Hälfte weg und holen sich einen Porsche. Nein, aber das ist natürlich auch negatives Denken von meiner Seite, da muss ich selber jetzt dran arbeiten. Oder einfach sagen, I want Prosperity and I want it for you too, ja? Und für alle, die jetzt den Livestream schauen, öffne dich einfach, dass das Gute auch mit dem Geld jetzt kommen mag. Und dass jeder, der jetzt den Livestream schaut, mit dem Geld auch was hundertprozentig, tausendprozentig Gutes tun wird. Weil wir sind ja hier auch eine Community und das gehört dann schon energetisch so zusammen. Vertraue, ja? Geh in deinen Sessel und empfange, 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 empfange und hab dein eigenes Leben jetzt vor deinen Augen und mach das mit und genieße es. Ja, und ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag, ich wünsche uns einen coolen Sonntag und genieße das total schöne Kerzchen hier. Ja, ein bisschen dekosant und hast du nicht gesehen. Ich habe hier meine eigenen Symbole so zusammengetragen. Ich will diese Prosperity im allerbesten Sinne. Und ich will sie auch für dich und für alle. Genau, ihr Lieben. Ich grüße euch. Und Was wollte ich noch sagen? Ach so, abonniere meinen Kanal, ne? Ich habe viele spannende, interessante Sachen auf meinem Kanal. Mein Kanal ist dreisprachig, wenn du auf Deutsch gucken willst. Also es kommen regelmäßig deutsche Videos. Wenn du eine andere Sprache mal gucken willst, auch gut. Ihr macht es so, wie ihr da Lust habt, ne? Kommentiert bitte in den Kommentaren auch immer gerne mal was Nettes. Ich freue mich total drauf. Das letzte Projekt, was ich gemacht habe, ist ein lustiges Party-Orakel mit Schlagern, Liebes, Sex und Zärtlichkeiten. So ein bisschen ein auch, so ein bisschen lockerer das mal gehalten. Trotzdem tiefsinnig, ja? Mit Messages über, ja, über die Liebe und eventuelle Partner, wie auch immer. Öffnen wir uns, ja? Bleiben wir nicht kleben. Das Kleben bleiben ist immer der Scheiß. Wir öffnen uns jetzt einfach, ne? Prosperity und einfach neue Wege, okay? Und auch vom Sofa aus und so. Und wir denken jetzt einfach alle richtig mal obergeil positiv. Ja, und dann machst du mit dem Tag noch das, was dir Freude bereitet. Und ich auch und wir alle. Und wir umarmen uns im Kollektiv. Die Michelle. Tschüss und teile bitte den Livestream auch gerne. Ich werde ihn auch irgendwann, glaube ich, auch wieder wegtun. Wenn die Kerze abgebrannt ist, das wird auch nicht ewig hier auf dem Kanal sein. Weil ein Ritual geht ja auch zu Ende. Und wenn das Video immer als Livestream zur Verfügung steht, dann geht das ja auch nicht zu Ende. You know what I mean. Bussi, 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 ciao, ciao, ciao. Und alles Liebe. Bussi, 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 Bussi.